Hallo, herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Wir haben uns heute überlegt, was kann man in der Quarantäne zu Hause üben und haben uns heute für den Handstand entschieden. Dazu wäre es ideal, wenn man Turnstuhl anhat und vielleicht eine Turnmatte muss, aber auch keine Turnmatte sein, kann auch eine Decke sein oder auch einfach eine Matratze. Idealerweise wärmt man sich erst ein bisschen auf, zum Beispiel mit drei Springen oder Schattenbocken. Ja, oder Kampelmann anzuspannen im Oberkörper. Deswegen zeigen wir uns ein paar Übungen, wie man sich ein bisschen kick halten kann oder ein bisschen mehr Kraft bekommt im Oberkörper. So, die Annika zeigt uns einmal. Am besten einfach mit Liegestütz. Jawohl, sehr gut. Oder den Brett einfach noch festhalten, den Kumpel schön anspannen. Anzuschlafen. Idealerweise traf ihr ein Erwachsenen, das euch hier ist das erste Mal. So, dann heben die Hände schön nach hinten. Ein kleiner Abstand zu führen. Ein Bein ist nach hinten gestreckt und dann tun wir ganz viel Schub. Ihr müsst euch fest vom Boden nach oben drücken. Jawohl. Und wieder nach unten. Das ist, manchmal braucht man auch ein Haftauschen für das. Fest an die Tür und fest selber stehen. Fest nach oben drücken, alles anspannen. Jawohl, super. Und wieder nach unten. Und für die Profis, dann das nächste, das Blüten, das Stehen ohne Hinten. Guck mal. Sehr gut. Super, danke. Tschüss. Schro bur gaan. Schro guck mal. Super, gefll Note. あと, wollte ich DOD. Was kommt da hier noch nicht? Und das war in der Arbeit. глийcerban ist wegen... Oh, ist es Victoria? Hallo. Der Mann!